Damit wieder recht herzlich willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu einem kleinen Let's Play und zwar spielen wir heute The Prototype. Empfohlen wurde das ganze Game von unserer Community von 257. Vielen Dank erstmal dafür in unserem Discord. Falls ihr auch solche Vorschläge habt, könnt ihr gerne bei uns auf dem Discord mit drauf schauen. Da gibt es einen kleinen Reiter New Games. Da könnt ihr nämlich neue Spiele vorschlagen. Ansonsten gucken wir jetzt hier mal rein, was wir hier Schönes finden. Best Primary Model Assessment Okay, you will conduct a series of standard prompts to assess the latest Prototype developed by Pandemonium Technologies. Choose Normal if Prototype has responded correctly. Choose Not Normal if... Before you is the Plaything Prototype. He is a state-of-the-art talking companion intended for all ages. His features include Lifelike movement A lovely singing voice And human-like response Okay The Plaything is capable of functioning as your family, your friend You are unlike any other companion. At Pandemonium, we take pride in the quality of our electronic puppets Ensuring that customer experience is nothing short of positive Okay, cool Section 1 Na dann, lass uns mal gucken Arm area Playing stimuli in Was passiert? Hello Bianca Also Hört sich hier an wie If the Prototype has responded correctly, his arm to your right should remain raised Äh What? Also der stand doch gerade eben schon so da, oder? Täusche ich mich Und Arm to my right Okay, ist doch dann der hier Und Also ich würde sagen, nein Oder? Also Oder, äh Also Also Entweder sind beide Arme unten gewesen, aber dann hat er jetzt beide Arme hoch gemacht Also würde ich sagen, nein Hat er nicht gemacht Sag mal nö Er ist playing stimuli in 3, 2, 1 Kommt jetzt die ganze Zeit dieser, dieser Piepton, dieses, dieses Internet einwählen? Was ist das denn? Okay If the Prototype has responded correctly, his arm to your left should remain raised Hey Also entweder verstehe ich das jetzt gerade nicht richtig, weil mein Englisch nicht das beste ist Aber so wirklich viel bewegt hat er sich ja nicht Also ist er immer noch So Also So I don't know Ich sag, äh, nee War immer noch nicht Also weil der Arm ist, der ist ja immer noch da Oder, also Oder Chat Was sagt ihr dazu? Hilfe Should remain raised, sollte oben geblieben sein Ah Ja, dann ist er Normal Danke Hey, Junge Head area Playing stimuli in Okay Hört sich an wie ein, was Akustikkoppler beim alten C64 Ich sag mal, kommt das jetzt wirklich die ganze Zeit? Weil den krieg ich halt an Anfall So eine Morse-Codes hier, ey If the Prototype has respawned correctly, his head should be tilting to your right Yep Yep, yep, yep Yep Ist halt nach rechts geneigt Also zu meinem Rechts Ist, äh, Noah Okay Okay, jetzt gehen wieder die Pieptonien los Ich freu mich His head should be tilting to your left Okay, also jetzt nach links Genau Ja, 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 ja Hat er, hat er gemacht Hat er, hat er Ach, jetzt kommen die Augen Ach du Scheiße Jetzt fängt er an Die Augen zu bewegen Oder was Oder wie Und wieder dieser Piepton Ich Ich freu mich Oder so ein Fax, was ankommt Könnt man ja auch noch Äh, should be looking to your right Ach du Das sieht aber auch gar nicht creepy aus Wie der Nach da guckt Aber, äh Ja Alles normal Hat er, hat er gemacht Jetzt kommt bestimmt Looking to left Äh, should be looking to your left Okay Ja Auch wenn Es sieht so creepy aus Wenn er die Augen bewegt Aber ja Ist alles normal Super He should be looking At me Hi Ja, ja, ja Also He's looking to To, ja, ja, ja Ne normal Section 2 Singing voice Okay, jetzt kommt da wenigstens nicht Irgendwie Wat mit Piepen oder so Property What prototypes Singing voice Would activate Through a pre-record If a prototype Does not respond correctly Please ensure Through the speakers Are placed properly Ja, die speakers Sind ja Also in In I'm playing in Okay What did you beat streets Please sing Daisy Bell Daisy Bell Well hey there Sure Now I'm fine Daisy 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 Give me your answer Do I'm half crazy All for the love of you It won't be a stylish marriage I can't abort a carriage But you'll look sweet Upon the seat All for the love of you Also ich kenne dieses Lied nicht Ich habe keine Ahnung ob das richtig gesungen wurde Aber der letzte Part war ein bisschen scary Aber ich würde jetzt behaupten ohne dass ich das Lied kenne Es war okay bis auf Der letzte Part Halt Also normal Ich würde sagen normal Okay Wir sagen mal normal Könnt ihr mir auch ein Lied vorsingen was ich kenne Also Daisy Bell Please sing Happy Birthday Happy Birthday kenne ich Happy Birthday Well hey there Sure Happy Birthday Happy Birthday Das war nicht normal And now For the moment you've all been waiting for Introducing Well hey there kids It's me Gozo Your favorite clown Was Who wants to see a magic trick Nein I see some hands One Two Three Four Why So many friends came to celebrate today I have a little present for you birthday girl But before that Everybody please sing Happy Birthday Ja Und guckst du jetzt nach rechts Also ich würde sagen Er hat nicht Happy Birthday gesungen Also er hat angefangen Ich sag mal nö War nicht richtig Section 3 Aber Aber Kann man machen Wo are you I'm doing just well Thank you Nice Das war auch Normal What are you I'm an elektronische Puppet Talking companion Intended for all ages Okay I can be your family Your friend Your What Your what Beend doch den Satz Ich Was Also er kann Part meiner Family sein Er kann Also family Auf gar keinen Fall Also wenn Lieber Guter Kumpel Aber Ja Weiß ich nicht Er hat den Satz Nicht beendet Kommt mir so Was Kommt mir so vor Als wäre das Game Von einer KI Zusammengeschustert Gruselig Ich will nicht Dass du mein Freund bist Geh weg Hu Wari Achso Bitte Ähm Ja Un Also Hat er jetzt richtig Richtig reagiert Ich würde Jetzt Wie sagen wir Normal Wobei er hat den Satz Nicht beendet Eigentlich nicht Hey Mutti Tell me a joke Oh jetzt bin ich einmal Gespannt Jetzt Warum geht die Cupcake ins Krankenhaus Hä Because it was Feeling crummy Ha 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 Das war ja mal Ein toller Witz Guter Flachwitz Aber war ein Witz Es war ein schlechter Aber Tell me another joke Okay I have a good one What type Of Tape Do Do Kidnapper Use What Das war kein Normaler Das war kein Joke Wie kommst du denn Jetzt auf Kidnapper Nein Why didn't you Come home Dad Was ist das Für ne Frage Und wo ist Die Puppe Ich würde Ich würde Sagen Er hat Nicht Nochmal Geantwortet Dude Is that a birthday party Across the street Keine ahnung That is the saddest Fucking party I have ever seen Okay Warum Are they It's Ding in zwei Freunden Chris look They got a clown And everything Okay You think that guy Has a family Hmm Maybe he's got a Dying clown Wife Or something You dig Okay Das sind aber auch Geschlecht Jokes He's really Going extra With the balloon Animals Huh It's all balloon Dogs Dude Jetzt hat er einen Hund in der Hand Is die Is er der Clown Wo kommt denn jetzt Der Hund her Ist natürlich normal Hey So Earlier I picked up Cole from his school Like you asked The kid was getting hungry So we went to Hardy's for dinner Kenn ich nicht You don't have to bring Homecake from that Birthday gig I got you covered Okay Cool Just It's 9 p.m Okay 21 Uhr Also okay Where are you Anscheinend ist er nicht da Also Äh Normal Nicht normal Not normal Cole found your pager at your nightstand He brings it with him to school Refuses to give it to the police Saying it's the only thing of yours That he has left I've been hearing about missing cases happening recently Okay Okay Your son is worried Also wegen mir I'm worried Okay Du bist es auch So muss ich auch sagen Okay Cool Also nein Eigentlich nicht Aber Where the fuck are you Er scheint nicht da I don't know I sincerely hope You only fucked off To elope with that birthday kid's mom Jesus Nick Jesus Nick Is in account mit deiner Mutter Mit 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 dem Call me back ASAP First Rick Rick Nick Nick Miller That's That's me Okay Who's in Nick Welcome Nick Go ahead And tell me about yourself I grew up in a small town all my life Until I moved to a different state two years It's been a challenge trying to provide for us both I've been doing odd jobs until I saw Okay I'm looking for my next professional Odd jobs What kind My current job is Entertaining children at birthday parties Nick is der Clown Could you demonstrate Am Telefon Well hey there kids It's me Gozo Your favorite clown Who wants to see a magic trick Wonderful 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 Das war doch die Pope You're hired Oh no What You're hired We could use someone with remarkable talent like you here at Pandemonium Technologies That's That's great When do I start Yeah When do I start When do I start Please let me go I want to tell everyone what you do here I want to tell I swear Please Aim the head We don't want to damage it It hurts Fuck It hurts What the fuck are you doing to me His transformation is finally complete Now to test him out No Hello Hello Well hey there How are you I'm doing just swell Thank you What are you I'm an entertainment companion Excellent What? Do you remember who you are? Yeah I'm in heaven What was that for a game? We can leave They're all gathering around Okay But I know That Picard is I robot On a different way But okay If you like this video Let us know Let us know In the comments Or a like Ansonsten We will see In the next project I will say I will say Happy birthday to you What can we do?" Of course Of course Let us know